Was ist das Spiel in der ersten Halbzeit? Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir ein ganz schlechtes Spiel gemacht. In der zweiten wieder sehr gutes, wie so oft. Wir verpennen zurzeit immer die erste Halbzeit. Und ja, in der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen, hätten wir das Spiel auch noch gewinnen können. Es ist sehr schade, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten, weil wir uns sehr viel vorgenommen haben. Vielleicht haben wir uns zu viel vorgenommen. Das ist jetzt keine Entschuldigung. Aber in der ersten Halbzeit war einfach viel zu wenig von allem. Von der Laufbereitung her, von der Spielfreude, vom Engagement. Es war einfach zu wenig. Das haben wir in der Halbzeit auch angesprochen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit waren wir wesentlich besser im Spiel und hatten auch die Möglichkeiten. Und ja, ich glaube, mit ein bisschen Glück gewinnen wir das Spiel. Es war eben, wie gesagt, sehr zweikampfbetont. Vor allem die erste Halbzeit. Danach auch die zweite Halbzeit, wo wir eigentlich besser im Spiel waren. Ja, es ist für mich ein Derby, weil Paderborn nahe von uns ist. Jedoch sind wir trotzdem unzufrieden, dass wir nicht direkt Punkte geholt haben. Ja, es war natürlich toll, wieder vor ausverkauftem Haus zu spielen. Unsere Fans machen immer Alarm, auch wenn es nicht ausverkauft ist. Also die, die immer da sind, die machen immer gut Druck. Die erste Halbzeit hatte es ein bisschen Grund. Die Stimmung hat man gemerkt. Die waren auch ein bisschen unzufrieden. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir auf den Platz Gas gegeben. Und die Zuschauer sind dann mitgegangen und haben uns nach vorne gepeischt. Leider hat es nur zu einem Tor gereicht. Die Fans stehen immer hinter uns. Und das ist enorm wichtig, gerade wenn es so eine erste Halbzeit ist, wo es nicht so läuft. Schade, dass wir ihnen nichts zurückgeben konnten mit drei Punkten. Aber wir werden weiterhin auf die Heimspiele alles geben für die Fans. Es ist natürlich ein Wahnsinn, vor so einer Kulisse wieder zu spielen. Und die Fans haben alles gegeben. Und natürlich wäre es schön, wenn wir die drei Punkte hier gelassen hätten, gerade für die Fans. Weil für die ist es etwas Besonderes. Ja, wie gesagt, wir sind etwas enttäuscht. Nicht nur etwas enttäuscht, wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Bis zum nächsten Mal.